Das Vino One in Ludwigshafen am Bodensee bereichert die Gourmet-Landschaft im Sortiment Weine einmal mehr. Und wie könnte es anders sein? Die Eröffnung erfolgte von Michael Noll aus Ludwigshafen. Er versteht es, Gourmet-Freunde zu gewinnen. Schon in seinem Restaurant, dem Blauen Affen in Ludwigshafen, hat er seit Jahren Erfolg mit seinen über die weit über die Landesgrenzen bekannten guten Küche. Daher können seine Gäste im neu eröffneten Vino One sicher sein, dass auch hier ihren Ansprüchen entsprochen wird. Eine tolle Kombination. Es wird sich herumsprechen und auch so zum Erfolg des Vino One führen. Ich habe meinen Lieblingswein schon gefunden. Bravo, Michael Noll, für deinen Mut, deine neue Aufgaben für die Gourmet-Landschaft in Sachen Weine hier in Ludwigshafen am Bodensee.